Erstes Buch, 38. Kapitel Die schwachen Republiken sind unentschlossen und können sich nicht entscheiden und wenn sie einmal einen Entschluss fassen, geschieht es mehr aus Not als aus eigener Wahl. Als in Rom eine entsetzliche Pest herrschte und daher den Volkskern und Äquern die Zeit gekommen schienen, Rom unterdrücken zu können, griffen diese beiden Völker zu einem gewaltigen Heere, vereinigt die Latiner und die Herniker an und zwangen durch Verwüstung ihres Landes die Latiner und Herniker dies nach Rom zu melden und zu bitten, dass sie von den Römern geschützt würden. Die Römer aber, von der Seuche heimgesucht, antworteten ihnen, sie möchten sich entschließen, sich selbst und mit ihren eigenen Waffen zu verteidigen, da sie sie nicht schützen könnten. Man erkennt daraus den großen Sinn und die Klugheit des Senats und wie er in jeder Glückslage immer Herr der Entschlüsse bleiben wollte, welche die Seinigen zu fassen hätten, sich aber auch nicht schämte, wenn die Notwendigkeit es erforderte, sich einmal für etwas zu entscheiden, was seiner gewohnten Handlungsweise oder anderen von ihm getroffenen Entscheidungen entgegen war. Ich sage dies darum, weil in anderen Fällen derselbe Senat den genannten Völkern verboten hatte, sich zu bewaffnen und zu verteidigen, so dass ein weniger kluger Senat als dieser von seiner Würde herabzusteigen gemeint hätte, wenn er ihnen eine solche Verteidigung gestattete. Allein dieser beurteilte die Dinge immer so, wie sie beurteilt werden müssen und ergriff immer das am wenigsten Schlimme als das Beste, denn unangenehm war es ihm, seine Untergebenen nicht schützen zu können. Unangenehm, dass sie ohne ihn zu den Waffen griffen, aus den genannten Gründen, sowohl als aus vielen anderen, die man begreift. Da er jedoch einsah, dass sie sich, weil sie den Feind im Nacken hatten, notgedrungen jedenfalls bewaffnen würden, so entschied er sich für das Ehrenvolle und wollte, dass sie das, was sie tun mussten, mit seiner Genehmigung täten, damit sie nicht, wenn sie aus Not ungehorsam wären, sich daran gewöhnten, aus freier Wahl ungehorsam zu sein. Und ob schon dies ein Verfahren scheint, welches von jeder Republik eingeschlagen werden müsse, so wissen es gleichwohl schwache und übel beratende Republiken nicht zu treffen und aus dergleichen Notwendigkeit eine Ehre für sich zu machen. Der Valenza-Herzog hatte Faenza genommen und Bologna genötigt, auf seine Bedingungen einzugehen. Als er darauf durch Toskana nach Rom zurückkehren wollte, schickte er einen von seinen Leuten nach Florenz, um den Durchzug für sich und sein Heer zu verlangen. Man beriet in Florenz, wie man sich in der Sache zu benehmen habe, und kein einziger riet es ihm zu gestatten. Man befolgte hierbei nicht das römische Verfahren, denn, da der Herzog stark gerüstet war und die Florentiner so machtlos, dass sie ihm den Durchzug nicht verwehren konnten, so war es viel mehr Ehre für sie, wenn er mit ihrer Erlaubnis hindurch zu ziehen schien, als mit Gewalt. Denn während so die ganze Schande auf sie fiel, wäre dies doch zum geringeren Teil der Fall gewesen, wenn sie die Sache anders angefangen hätten. Aber die schlimmste Seite der schwachen Republiken ist die, dass sie unentschlossen sind. Der Gestalt, dass sie alle Entschlüsse, die sie fassen, gezwungen fassen, und wenn sie einmal etwas Gutes machen, dies gezwungen und nicht aus Klugheit tun. Ich will dafür zwei andere Beispiele anführen, die sich unserer Zeit in der Republik unserer Stadt im Jahre 1500 zutrugen. Nachdem König Ludwig XII. von Frankreich Mailand wiedererobert, schickte er, da er ihr Pisa zurückzugeben wünschte, um die 50.000 Dukaten zu bekommen, die ihm nach dieser Zurückgabe von den Florentinern versprochen worden waren, seine Truppen gegen Pisa unter dem Oberbefehl des Herrn von Beaumont, der ob zwar Franzose, gleichwohl ein Mann war, auf den die Florentiner großes Vertrauen setzten. Das Heer und der Feldherr rückten zwischen Cassina und Pisa vor, um zum Angriff auf die Mauern zu schreiten. Und als es dort einige Tage verweilte, um sich zum Sturm vorzubereiten, kamen pisanische Abgesandte zu Beaumont und erboten sich, die Stadt dem französischen Heere unter der Bedingung zu übergeben, dass er auf das Wort des Königs verspreche, sie nicht eher als nach vier Monaten den Florentinern in die Hände zu liefern. Dieser Vorschlag wurde von den Florentinern ganz und gar verworfen, infolgedessen man die Belagerung anfing und mit Schande abzog. Verworfen wurde der Vorschlag aber aus keinem anderen Grunde, als weil man dem Wort des Königs misstraute, während sie sich doch aus Mangel an Überlegung notgedrungen in seine Hände gegeben und andererseits ihm nicht trauten und nicht sahen, wie viel besser es sei, wenn der König im Besitz von Pisa es ihnen zurückgeben und wenn er es nicht zurückgebe, seine Gesinnung offenbaren könne, als ohne es zu haben, es ihnen versprechen zu können und ihrerseits gezwungen zu sein, diese Versprechungen zu erkaufen. So, dass sie also viel besser getan hätten, da rein zu willigen, dass Beaumont es unter irgendwelchen Versprechen in Besitz genommen hätte, wie die Erfahrung nachher im Jahre 1502 zeigte, wo nachdem sich Arezzo, empört, Herr Limbon mit französischen Truppen vom Könige von Frankreich den Florentinern zu Hilfe geschickt wurde, der bei Arezzo angekommen nach kurzer Zeit Unterhandlungen mit den Arentinern anfing, die unter gewissen Bedingungen die Stadt ähnlich wie die Pisaner übergeben wollten. Das Verfahren wurde in Florenz verworfen, worauf Herr Limbon, da ihm schien, dass die Florentiner sich wenig auf die Sache verstünden, selbstständig ohne Hinzuziehung der Kommissare die Unterhandlungen fortsetzte, bis er denn den Vertrag nach seinem Gutdüngen abschloss und unter dem Schutze desselben mit seinen Leuten in Arezzo einzog. Indem er den Florentinern sagen ließ, dass sie Toren seien und sich auf die Angelegenheiten der Welt nicht verstünden. Wenn sie Arezzo wollten, sollten sie es den König wissen lassen, der es ihnen weit leichter geben könne, wenn er seine Truppen in der Stadt habe, als draußen. Man unterließ in Florenz nicht, den Limbon herunterzureißen und zu schmähen und ruhte nicht eher damit, als bis man einsah, dass wenn Beaumont ein Mann wie Limbon gewesen wäre, man Pisa bekommen hätte, wie Arezzo. Und so fassen, um auf unseren Satz zurückzukommen, unentschlossene Republiken nie gute Entschlüsse außer Not gedrungen, weil ihre Schwäche sie zu keiner Entscheidung kommen lässt, wo nur der geringste Zweifel ist. Und wenn dieser Zweifel nicht von einer Gewalt, die sie fortstößt, gehoben wird, stehen sie immer unentschlossen da. Até femmes. ARD Text im Auftrag von Funk